Hey Jungs, sagts mal, wo sind eigentlich Martin und Marianne schon wieder? Wir müssen uns auf die nächste Sendung vorbereiten, da kommt Stefan Hanitsch vom Störsender und wir haben eine tolle Hip Hop Crew am Start. Aber die sitzen bestimmt wieder auf der Couch und schauen Fernsehen. Sag mal, ich dachte jetzt ist irgendwie Sommer, was ist das hier für ein Wetter? Ich werde nicht paddeln, wir müssen am 6.6. im Medienatelier sein, 18 Uhr, du schau her. Okay, aber warte mal, das macht überhaupt keinen Sinn. Martin, warte!